Was geht YouTube? Euer Pratsch ist wieder da und heute mit einem ganz neuen Video von meiner Seite aus. Ich habe doch letztes Mal ein typisch Russen-Video gebracht und da war ein Clip von meiner Mutter zu sehen. Und jetzt dachte ich einfach, ey, warum mache ich nicht einfach ein ganzes Video über meine Mutter? Denn mir ist so ein paar Macken von meiner Mutter aufgefallen. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter gleichzeitig Urlaub habe, denke ich mir so, oh geil, ausschlafen, stehe ich auf, gibt's Frühstück, Bombe, besser geht's nicht. Nein, Leute, da bin ich total geirrt. Es läuft genau so ab. Ich schlaf gerade. Jo, keine weiteren Störungen mehr. Manchmal denke ich auch, meine Mutter ist ein russischer Dumbo. Sie hört einfach alles, egal wo, egal wann. Digga, ich bin immer leise. Immer. Immer. Aber dann kommt so ein kleines, lautes Stück von mir, irgendwas passt nicht und auf einmal steht sie auf und dann ist vorbei. Ich stehe. Dann denkt ihr euch so, wenn du immer leise sein musst, dann ist deine Mutter bestimmt genauso leise, egal wann, egal wo, sie hört man bestimmt dich. Ja Leute, meine Mutter hört man nie, sieht das auch selber. Na Olschka, Olga, 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 du wartet gleich. So, Olga, du redest den ganzen Tag, verstehst du, den ganzen Tag redest du nur. Mama, ich geh raus, ciao. Okay, gut, dabei. Weißt du, was ich meine? Keiner mag das. Olga, und, 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 und das Schneierpferd, ja? Guck, du fängst schon wieder an, du fängst schon wieder an, du musst dir Wasserfall bleiben, redest, redest, redest. Digga, dir hört man bis Afghanistan bleiben. Meine Mutter ist auch so eine Person, die stellt manchmal echt seltene oder komische Fragen, die, wo ich mir denke, Digga, was ist da los? Ah, es ist noch privat, regnet es draußen oder was? Nee, wie kommst du drauf? So, Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ja, folgt mir auf Instagram und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Tschau. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017